Das Hotel Zizikama-Lotke liegt in Zizikama in Ostkab. 46% der Gäste empfehlen das Hotel weiter. 22 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 22 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,7 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 4,2 von 6 Sonnen. Service. Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4,1 von 6 Sonnen vergeben. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 3,8 von 6 Sonnen. Gastronomie. Gastronomisch bietet das Hotel in den Augen der meisten Gäste eine zufriedenstellende Leistung. 3,6 von 6 Sonnen lautet die Durchschnittswertung. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das Unterhaltungs- und Sportprogramm ist akzeptabel. Es wird mit 3,4 und 6 Sonnen bewertet. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.